– Also, hast du dich etwa beim Bischof … – Beschwer? – Hast du dich beschwert? – Was fällt Ihnen ein, mich auszuschmatzen? – Ja, jetzt bist du ja wieder da. Also, das ist schön. Machen wir die Beichte. – Ich brauche erst mal einen. Kann ich einen Schluck haben? – Soll ich dir ein Tee machen? – Na also, hören Sie doch auf. Wir wissen beide, dass da kein Tee drin ist. – Hast du denn mit deinem Mann gesprochen? – Mit meinem Mann? Wieso? – Du hast das letzte Mal von seinem Alkoholproblem erzählt. – Also kriege ich jetzt einen oder muss ich bei der Diözese anrufen und denen berichten, dass sie ja Alkohol trinken? – Das ist ja Erpressung. – Ja, na und? Kann ich doch gleich beichten. – Ach, nein. Damit ich so ein bisschen lockerer werde. Wegen der Beichte. – Hm? – Also, dann möchte ich aber, dass du mir auch einen Gefallen tust. – Aha, was denn? – Du rufst bei der Diözese an und sagst denen, dass du diesen Weichstuhl hier sehr sinnvoll findest. – Geschenkt, Schätzchen. – Gut. Also fangen wir an. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Erzähl mal. – Ach, einen hätte ich gern noch. – Glaubst du nicht, dass du hier locker genug bist? – Du sagst mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe, klar? – Ja, beruhige dich einen klitzekleinen. Kriegst du ja noch. – Jetzt trink du auch einen. Trink nicht so gern alleine. – Prost. – Prost. – So, jetzt zurück zum Thema. Wo drückt der Schuh? – Naja, also ich … – Wir können hier über alles reden. – Ich hab wieder angefangen zu trinken. Aber erst seit kurzem. – Alkohol. Ich denke, dein Mann hat das Problem. – Der ist ja das Problem. Der hat mich verlassen. Ich mein, was soll ich denn sonst machen? – Moment, du trinkst und gibst deinem Mann dafür die Schuld. – Ich geb ihm nicht die Schuld. Er ist Schuld. – Wenn du bereust und Buße tust, dann vergib dir Gott. – Ist Alkohol denn Sünde? – Alkoholismus ist eine Krankheit. – Ach, das heißt, wir beide? Wir können da gar nichts tun. – Wieso? Was heißt denn jetzt wir beide? – Gott bestraft uns in Form von Krankheit. – Nein, dieser Ansatz ist überholt. – Also was denn nun? Ist Alkohol Sünde oder nicht? – Ich denke, du solltest dir professionelle Hilfe holen. – Ja, deswegen bin ich ja auch hier. Aber ich mein, so richtig prof … – So richtig professionell kommst du mir nicht rüber. – Hier. – Suchthilfe? – Ja, brauche ich eh nicht. – Ja, ich auch nicht. Kann ich noch eine haben? – Nein. – Ich lege auch ein gutes Wort beim Bischof für dich ein. – Ich lege auch ein, das ist ein. Vielen Dank.